Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Ja, das war ja wie angekündigt ein richtig turbulentes Wochenende. Auf der einen Seite blieb es total trocken, es gab überhaupt keine Gewitter. Auf der anderen Seite gab es zum Teil sintflutartige Niederschläge. Ja, und zwischendrin gab es dann auch noch die große Hitze. Der Samstag war der bisher heißeste Tag des Jahres 2020 mit Temperaturen bis zu 34 Grad. Ja, schauen wir uns das Ganze noch ein bisschen genauer an und werfen wir nochmal den Blick auf diesen Samstag mit den Höchsttemperaturen. Der Osten Deutschlands war vorne mit dabei. In Lindenberg 34,0 Grad, in Berlin 33,5 Grad und auch in Leipzig und Dresden, da wurden Temperaturen über 32 Grad erreicht. Und dann mal der Blick auf die Regenmengen, die allein am Samstag runterkamen. In Bottmersdorf 133,4 Liter Regen pro Quadratmeter bei einem heftigen Gewitter. Auch in Wismar sehr viel Regen, 71,2 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber das waren wie immer nur die punktuell heftigen Gewitter, die da runtergekommen sind in vielen anderen Regionen. Da blieb es einfach trocken in Köln, in Kaiserslautern und in Hannover fiel beispielsweise am Samstag. Überhaupt kein Tropfen Regen vom Himmel. Wie war es denn eigentlich bei euch gewesen? Gab es da am Wochenende viel Niederschlag? Gab es heftige Gewitter oder blieb es eigentlich trocken? Ihr könnt es ja mal in den Kommentaren posten. Ja und wie geht es nun weiter? Schauen wir uns erstmal die aktuelle Großwetterlagenkarte vom heutigen Montag an. Und die ist ziemlich konfus. Gleich drei Tiefs auf der Karte. Das Tief Nadine, das Tief Petra und das Tief Octavia. Jeder will da heute ein bisschen mitmischen. Und das zeigt auch sehr schön der aktuelle Strömungsfilm. Im Nordosten und Norden kommt heute nochmal sehr warme Luft an. Im Südwesten ist es heute eher etwas kühler. Und auch die Sonne, die macht sich in vielen Landesteilen heute ziemlich rar. Nicht so im Osten und Norden. Dort wird es heute sehr sonnig werden. In Rostock an der Ostsee 15 Sonnenstunden. Aber auch in Hamburg, da zeigt sich die Sonne 13 Stunden lang. Und auch in Berlin und Dresden, da können wir uns über rund 10 Sonnenstunden freuen. Sonst insgesamt eine ziemlich magere Ausbeute. Gerade mal eine halbe Stunde bis 1,5 Stunden Sonnenschein. Ja und der Blick auf die Wetterkarte vom heutigen Montag zeigt, da liegt ein Regenband einmal quer über Deutschland. Und die Regenfälle gehen der kommenden Nacht auch im Süden noch weiter. Der sonst im großen Rest schon wieder überwiegend trocken und überhaupt keine Niederschläge mehr. Das zeigt auch unsere Montagskarte. Vor allen Dingen hier im Osten und Norden heute sehr freundlich am Nachmittag. Temperaturen im Sommerbereich 25 bis 27 Grad. Aber südwestlich davon viele Wolken, stellenweise Regen. Und mit 17 bis 22 Grad. Am Alpenrand teilweise nur 15 Grad. Deutlich kühler. Ja, wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Auch morgen am Dienstag setzt sich das Sommerwetter im Osten und im Norden fort. Viel Sonnenscheintemperaturen 23 bis 27 Grad. Und im Rest des Landes, ja auch da gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Aber eben immer wieder Regenschauer, zum Teil auch Gewitter. Und mit 18 bis 24 Grad bleibt es dort etwas kühler. Und auch der Mittwoch bringt eine ähnliche Wetterlage. Sommerwetter im Osten und Norden. Temperaturen 24 bis 28 Grad. Im Rest des Landes auch relativ warm. Temperaturen am Rhein so 24 bis 26 Grad. Aber dort immer wieder Schauer und Gewitter. Hier bleibt es also einfach wechselhafter als hier im gesamten Nordosten. Noch der Blick bis zum Samstag. Und wir sehen, es bleibt insgesamt mäßig warm. Völlig normale Temperaturen für die aktuelle Jahreszeit. Der Donnerstag bis zu 27 Grad. Der Freitag bis zu 26 Grad. Und der Samstag bis zu 27 Grad. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Hier und da kann es in der schwülwarmen Luft teilweise auch mal einzelne Schauer und Gewitter geben. Ja und das sind die Regensummen bis Montagabend. Und da sieht man nochmal sehr schön im gesamten Osten und im Norden. Da fällt fast nichts vom Himmel. Es bleibt trocken bis Mittwochabend. Aber dann gibt es hier den Streifen einmal quer über Deutschland. Da fällt eben noch was runter. Teilweise Richtung Süden bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Weiter westlich davon eher weniger Niederschlag. Hier meist nur so 10 bis 20 Liter Regen. Zum Schluss der Blick auf die Ensemble-Vorhersage für den Osten Deutschlands. Schon bis zum 1. Juli. Und man sieht in den kommenden Tagen bleibt es hier total trocken. Erst dann könnte es wieder Niederschläge geben. Die Temperaturen um 25 Grad oder leicht darüber. Und später auch noch etwas ansteigend auf Richtung 30 Grad Marke. Und hier noch die Ensemble-Vorhersage für den Westen Deutschlands. Auch bis zum 1. Juli. Und wir sehen, hier bleibt es ein bisschen wechselhafter auch in den kommenden Tagen. Ab und zu ein paar Schauer. Temperaturen zunächst knapp um 20 Grad. Dann wieder auf bis zu 25 Grad ansteigend. Und auch hier sind zum Monatswechsel teilweise Temperaturen über 25 Grad Richtung 30 Grad Marke möglich. Ja, das war es schon wieder vom Wetter hier bei wetter.net. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Montag.